Von Herz zu Herz. So ist eine gute Kommunikation. Von Herz zu Herz. So ist ein gutes Miteinander. Wenn du mit einem Menschen zu tun hast, stelle eine Verbindung vom Herzen zum Herzen dar. Und wenn du jemandem etwas schenkst, dann mach es vom Herzen her. Und wenn du jemandem helfen willst, mach es vom Herzen her. Und wenn es irgendwo Konflikte gab, versuche die Herz-zu-Herz-Verbindung herzustellen. Und dann wird es dir leichter fallen, wieder in Frieden zu leben. Es ist wichtig, nicht dauerhaft mit zu vielen Menschen Trennung zu spüren. Von Herz zu Herz wollen wir verbunden sein und mit Freude und Liebe das Leben gestalten.